Eine kaiserliche Botschaft war ihm an ihr gelegen, daß er sie sich noch ins Ohr widersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes alle hindernden Wände werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reichs, vor allen diesen hat er den Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht. Ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann. Einmal diesen, einmal den andern Arm vorstrecken, schafft er sich Bahn durch die Menge. Findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist. Er kommt auch leicht vorwärts wie kein anderer. Aber die Menge ist so groß, ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnet sich freies Feld, wie würde er fliegen, und bald wohl hörtest du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an deiner Tür. Aber stattdessen, wie nutzlos müht er sich ab. Immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes. Niemals wird er sie überwinden. Und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen. Die Treppen hinab müßte er sich kämpfen, und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen. Die Höfe wären zu durchmessen, und nach den Höfen der zweite umschließende Palast, und wieder Treppen und Höfe, und wieder ein Palast, und so weiter durch Jahrtausende. Und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor. Aber niemals, niemals kann es geschehen, liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, hochgeschüttet voll ihres Bodensatzes. Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten. Du aber sitzt an deinem Fenster, und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt.